Hallo Ben! Habt ihr was vor die Tür gestellt? Viel Freude damit! Liebe Grüße, Markus Buschel. Was steht denn da? Oh! Vielen Dank, Markus. Eine Clean Canteen. 1182 Milliliter Inhalt. Stainless Steel Rostfrei Edelstahl. Vielen Dank, Markus. An der Stelle möchte ich noch eine Ankündigung machen, dass ich nämlich vorhabe, demnächst ein Hafenlied, was ich gerade komponiere. Oh, mit so ein paar Deckel aus dem Edelstahl. Das Hafenlied, was ich komponiere gerade. Das möchte ich demnächst aufnehmen. Ich versuche das noch ein bisschen im letzten Schliff zu geben. Und dann werde ich das auch Open Source stellen. Also kann dann auch genauso verwendet werden. Das werden so 2-3 Minuten wahrscheinlich werden. Also dann, Markus. Vielen Dank für dieses Geschenk. Bis dann mal wieder. Ich hoffe wirklich, dass wir uns bald mal treffen können. Vielleicht Ende Februar. Ab 17. Februar habe ich meine Prüfung fertig.